Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch heute mal vor die ganzen Sachen von der Action-Kamera. Das hier. Eine Halterung. Hier kann man die Kamera halten. Wenn ich es nicht hinkriegen würde. So sieht das am besten aus. Das kann man auch wieder raus machen. Und dann natürlich auch noch für unter Wasser. Dann macht man das ganz sicher. Oh, da geht die Mülle auf. Und hier ist der Vorfüll-Effekt. Auf jeden Fall, da ist die Kamera so drin. Und dann ist es unter Wasser. Diese Dinger sind zum festmachen der Kamera. Die kann man festmachen irgendwo. Das hier. Da kann man die Kamera. Irgendwo hier so. Diese Dinger. Ich packe es am besten mal aus. So sieht die aus. Und da kann man die Kamera so. Irgendwie so. So. Und dann. Ja. Es regnet gerade sonst. So. Dann fange ich wieder rein. So. Dann haben wir hier noch so ein Asatsteil für die Unterwasser-Dings. Das ist so ein Band. Kann man irgendwie so eine Kamera klarer machen oder so. Ganz wichtig. Eine Speicherkarte. Hier sind noch ganz viele Halterungen und so alles. Hier ist die Anleitung. Hier ist noch so eine Bände. Da kann man sich auf den Bauch machen oder so. So eine Dinger. Ja. Ich glaube. Schreibt mir in die Kommentare, was ist das hier? Ich glaube ein Akku oder so. Keine Ahnung. So. Ja. Hier. So eine Halterung. Hier. Da. Da ist etwas stärker. Kann man auch mit festmachen. Und damit kann man die Kamera putzen. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, dann ein Like und ja. Ciao.